Na, das verdammte Radio aus. Ja, was glauben Sie mir, dass ich die ganze Zeit versuche? Ich nehme den Saft ab. Saft ab? Ich sage, unten müssen der Drähte sein. Reißen Sie es einfach raus. Rausreißen! Ich weiß nicht, wie sowas geht. Das ist so schwer, es ist ein Mensch, es geht. Oh, shit. Oh, shit.